Kevin reagiert auf Reefed's Thumbnails. Schau dir, Reefed Bra. Was ist mit Reefed? Hat Toni irgendwas Weeders geschrieben in meinem Chat? Thumbnail. Ich will deinen Arschsaft trinken. Gib mir eine Flasche davon. Ich will deinen Arschsaft trinken. Gib mir eine Flasche davon. Louis Gunn Wild, Junge. Metal Boy 888. Junge, bitte nicht Metal Boy 888. Vor allem das Schlimme ist, es ist halt nicht mal Clickbait. Das ist halt wirklich der Entwannungsantrag von Metal Boy gewesen, Bruder. Du kannst halt nichts machen. Haben wir Metal Boy 888? Bitte, ja. Metal Boy 888 haben wir schon geschrieben? No way. Reefed hat mich gesperrt. Metal Boy hat sich sieben Accounts gemacht oder so. Um jedes Mal wieder reinzuschreiben, Reefed dein geiler irgendwas. Arschsaft, was immer schon. Wirklich, es ist komplett Krise. Er ist der MVP für das Format gewesen. Das stimmt schon, ja. Das stimmt schon.